Hallo bei Ausprobiert! Wir machen heute mal wieder ein Auto-Video und zwar über den Seat Ateca. Jetzt sagt ihr euch vielleicht, hey verdammte Axt, es gibt schon x Reviews über den Seat Ateca. Meins soll anders werden. Ich bin kein professioneller Auto-YouTuber. Ich mache das wirklich absolut zu Freizeitzwecken und dementsprechend ist mein Ansatz ein komplett anderer. Ich habe dieses Auto nicht nur einen Tag und kann damit machen, was ich will, sondern mehrere Monate im Einsatz. Das heißt, ich weiß genau, wo die Tops und wo die Flops dieses Autos liegen. Und der zweite Punkt, den man, glaube ich, betonen muss, ist der Umstand, dass ich hier auch nicht die voll ausgestattete Variante habe, wie es in vielen Videos der Fall ist. Das heißt, ich kann euch Dinge zeigen, die so ausschauen, wenn man sich eben gegen das ein oder andere Ausstattungsmerkmal entscheidet. Und genau das soll auch Sinn und Zweck dieses Videos sein. Ich will euch völlig ungeschminkt den Seat Ateca zeigen. In welchem Auto sitzen wir jetzt? Es gibt den Ateca ja in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das ist jetzt der Seat Ateca Excellence in der Benzinvariante 1,5 TSI. 1,5 TSI, das wird der zukünftige Motor, Entschuldigung, der 1,4 TSI mit 150 PS. Jetzt ein paar wenigen Zusatzausstattungen. Also was habe ich mir mit reingenommen? Ich habe mir mit reingenommen das Navi. Ich habe mir mit reingenommen den variablen Laderaumboden. Dann habe ich mir mit reingenommen die beheizbare Frontscheibe und das Winterpaket habe ich mir auch noch mit reingenommen. Alcantara schwarz. Hat auch nochmal um die 100 Euro mehr gekostet. Aber das müsste es im Großen und Ganzen schon gewesen sein. Erster Punkt, den ich euch jetzt zeigen will, ist die Ablagebox hier vorne. In den anderen Videos sieht man den Ateca immer in der Variante mit dieser Connectivity Box. Und bei dieser Connectivity Box, da habe ich diese induktive Lademöglichkeit von dem Handy. Ich habe kein Handy, der sich induktiv lädt. Ich habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Die Full-Link-Technologie finde ich jetzt auch nicht so interessant, obwohl ich jetzt eher zur jüngeren Generation gehöre. Also habe ich mich dagegen entschieden. Das Geld wollte ich sparen. Ich wusste aber de facto nicht, wie es eigentlich ausschaut, weil es auf Bildern immer sehr schlecht zu erkennen war. Bei der Connectivity Box ist es so, dass wir den Schacht nach unten haben, der abfällt und da lege ich dann eben mein Handy rein. Wenn ihr diese Connectivity Box nicht wählt, dann sieht das Ganze so aus. Da haben wir dann ein Fach, das hier einen gummierten Untergrund hat, was sich in dem Winkel verhält, wie diese Mittelkonsole eben selbst verläuft. Also es geht nicht nach unten weg, sondern es ist gerade. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel in den Geldbeutel reinzulegen oder so einen Chip für den Einkaufswagen oder hier nochmal so einen elektronischen Schlüssel. Ja, oder ich habe hier auch noch gelagert ein Kabel, ein USB-Kabel, um mein Handy laden zu können. Über den variablen Laderaumboden haben wir auch gerade schon mal gesprochen. Das ist jetzt was, was man schon in dem einen oder anderen Video gesehen hat. Das ist jetzt die obere Position. Und wenn ich dann das Ganze hochklappe, dann sieht es so aus. Ich habe mir nicht das Ersatzrad mit reingenommen. Ich habe auch nicht das Seat Soundsystem. Ich habe, wie gesagt, auch keinen 4W-Drive, sondern den Handschalter. Und dann sieht das Ganze hier unten so aus. Das ist jetzt kein Fach an sich, sondern einfach nur so ein verkleideter Hohlraum, wo man dann eben was reinlegen kann. Wenn man das Ganze in die untere Position bewegen will, zieht man den Laderaumboden nach vorne und schiebt ihn dann nach hinten. Dann haben wir hier einen Sprung nach unten. Und hier hinten geht es leider nicht komplett bis an das Ende, sondern wir haben dann hier wieder so einen 45-Grad-Winkel, der nach oben zeigt. Was vielleicht jetzt wiederum ganz witzig ist und in keinem Video bislang, zumindest ist mir keins bekannt, gezeigt wurde, ist der Umstand, dass wenn man diesen variablen Laderaumboden hat, dass man dann die Kofferraumabdeckung, die hier oben, hier unten drunter reinpacken kann. Das wollen wir jetzt mal tun. Dazu müssen wir dann natürlich die Kofferraumdeckung abnehmen. Hier oben haben wir die Befestigungspunkte, die hier vorsichtig sein. Das ist Plastik, etwas billig gehalten. Aber klar, ist ein Seat. Irgendwo muss man dann noch Abstriche machen. Und dann hier hinten die Druckpunkte leicht nach oben ablösen und dann hat man das Teil in der Hand. Nachdem wir die Kofferraumabdeckung jetzt abgenommen haben, wollen wir sie auch verstauen. Dazu nehmen wir den variablen Laderaumboden in die Hand. Das ist jetzt so etwas, was mir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. Man kann das eben hier oben nicht, es fällt immer wieder um. Das lässt sich nicht festmachen. Da muss man dann so einen Trick 17 walten lassen. Wir haben hier diese Umklappmöglichkeit für die Rücksitze. Und wenn wir da leicht an dem Schalter anziehen und dann den Laderaumboden drauf fallen lassen, dann bleibt er oben. Also das ist schon mal sehr sinnvoll. Und dann müssen wir diese Blenden, diese Plastikfächer auflösen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir jetzt recht einfach die Abdeckung hier unten reinschieben. Und dann ist das schön verstaut. Der Ateca hier hat die beheizbare Frontscheibe. Ich habe die damals einfach mit dazu konfiguriert, ohne dass ich jemals gesehen habe. Warum? Weil ich den Gedanken sehr charmant fand, dass ich im Winter mich eben nicht mehr über die Motorhaube rüberlehnen muss und mühsam mit dem Kratzen vorankommen, sondern ich klicke einfach auf einen Knopf und innerhalb von ein paar Sekunden ist das Eis auf der Frontscheibe eben weg. Und ich muss mich nur noch um die Seitenscheiben kümmern, was eben deutlich einfacher ist. Ich fand es auch sehr, sehr charmant, weil der SUV etwas höher liegt und dieses Scheibenkratzen vorne an der Front eben noch beschwerlicher ist. Man muss ja dann auch erst mal über die Motorhaube kommen. Da macht man dann möglicherweise noch einen Kratzer rein. Und auf diese Gedanken hatte ich absolut keine Lust. Deswegen die beheizbare Frontscheibe mit dazu konfiguriert. Wer sich jetzt den Ateca kaufen möchte, für den kann es durchaus interessant sein zu sehen, wie denn diese beheizbare Frontscheibe, die mit Drähten realisiert ist, dann ausschaut. Und genau das wollen wir uns jetzt mal vor Augen führen. Dazu habe ich hier ein weißes Blatt mitgebracht. Und dieses weiße Blatt halte ich jetzt mal von innen an die Scheibe und dann seht ihr, was euch da erwartet. Man sieht also, dass diese Drähte sehr sehr dünn sind. Nicht zu vergleichen mit den dicken an der Heckscheibe, aber dafür sehr zahlreich. Man kann grundlegend sagen, dass der Abstand zwischen diesen wellenförmigen Drähten etwa einen halben Zentimeter beträgt. Was sind jetzt meine Erfahrungen mit dieser beheizbaren Frontscheibe? Ich muss sagen, dass ich am Tag selbst das überhaupt nicht mehr merke. Das geht einfach unter. Man gewöhnt sich daran. Gerade wenn es hell ist, blickt man ja eh in die Ferne und dann kann man das komplett ausblenden. Also ich sehe die nicht mehr. Etwas differenzierter ist es bei Nachtfahrten zu sehen. Warum? Weil ich da festgestellt habe, dass es so ist, dass diese Drähte entgegenkommende Lichtquellen durchaus brechen können. Dadurch wird dann der Lichteinfall, der beim Auge ankommt, eben breiter. Man hat dann wie so einen Heiligenscheineffekt um die Lichtquelle herum. Das kann störend sein, aber aus meiner Sicht ist es auch eine Gewöhnungssache. Würde ich es wieder kaufen, würde ich es wieder bestellen. Mit 85%iger Wahrscheinlichkeit würde ich mir diese beheizbare Frontscheibe tatsächlich wieder dazu konfigurieren. Alternative wäre eine Standheizung. Die ist aber etwas teurer und für mich in den Breiten, in denen ich mich aufhalte, auch nicht wirklich sinnvoll. Der Winter war eigentlich in den letzten Jahren nicht so hart, dass es diese Anschaffung rechtfertigen würde. Deswegen ist es bei mir die beheizbare Frontscheibe geworden. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit. Nachts muss man sich eben etwas daran gewöhnen, wenn man es zusammenfassend ausdrücken will. Was ich vorhin bei der Nennung der Extras unterschlagen hatte, war der Parklenkassistent. Der ist nämlich auch in dem Ateca enthalten. Warum? Weil ich die Piepser vorne haben wollte und es ein Paket war. Also man konnte das Ganze nicht voneinander trennen. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht genommen, wenn man es hätte trennen können. Jetzt, ich hatte anfangs gedacht, das wäre ein saurer Apfel, den ich da beißen musste, stellt sich heraus, dass es gar nicht so uncool ist, was man da käuflich erworben hat. Es ist wirklich eine sehr elegante Art und Weise einzuparken. Gerade für dieses Parallele einparken, weil er da auch kleinste Parklücken sicher ansteuert. Hier vorne rechts müsste jetzt eine Parklücke sein, die er erkennt und dann auch ansteuert. Wenn ich das Ganze jetzt aktivieren will, klicke ich hier auf das P. Dann habe ich in der Multifunktionsanzeige hier auf der rechten Seite ein Scan von den Parkplätzen bzw. den belegten Parkplätzen. Wenn er dann einen unbelegten Parkplatz, eine unbelegte Lücke erkennt, dann zeigt er das an. Aha, da ist jetzt eine. Jetzt misst er aus, ob er reinpasst. Er passt rein. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre, weil die doch recht groß ist. Dann legen wir den Rückwärtsgang ein. Es erscheint hier die Rückfahrkamera und dann einfach nur loslassen. Und das Teil lenkt uns automatisch in die Lücke. Wir haben hier auf der rechten Seite das Multifunktionsanzeige. Wenn es so ein Balken, auf der rechten, ein Balken, der abnimmt, das ist jetzt der Punkt, ab dem wir dann eingreifen müssen und den Gang umlegen. So, komm, mach nochmal ein bisschen. Zack. Jetzt müssten wir anhalten, Gang umlegen, damit er nach vorne mittig einparken kann. Was auch noch wichtig zu sagen ist, wir haben hier eine rote Linie. Das Ding hat eine automatische Bremsfunktion. Das heißt, wenn wir mal nicht aufpassen sollten und nicht zu schnell sind, dann würden wir hier auch nicht auffahren. Er würde automatisch bremsen. Dann kommt hier vorne in diesem Multifunktionsinstrument eben ein, ich glaube, Halt oder Bremsen oder was weiß ich, so ein Stoppschild. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber es ist de facto so, dass es hier vorne dann angezeigt wird. Jetzt legen wir den Vorwärtsgang ein und dann parkt er uns schön mittig in die Lücke ein. Und das ist schon echt cool. Worüber sollte man noch sprechen? Ich finde, der Verbrauch gehört dazu. Angegeben hier ist der Normverbrauch mit 5,4 Liter, was soll ich sagen, nicht zu erreichen. Ich bin ein sehr, sehr, sehr vorausschauender Fahrer. Ich rase auch nicht. Das heißt, ich bin eigentlich derjenige, der diesen Normverbraucher wirklich erreichen müsste. Ich bin allerdings auch kein absoluter Schleicher. Mein bisheriger Straßenmix ist ein Drittel Stadt, ein Drittel Landstraße, ein Drittel Autobahn. Und wo bin ich gelandet? Insgesamt habe ich gerade gesehen, 3049 Kilometer sind wir gefahren. Ich habe einen Schnitt von 6,1 Liter auf 100 Kilometer nach dem Bordcomputer. Ich habe das Ganze in diesen 3050 Kilometern jetzt mal nachgerechnet mit meinen Tankrechnungen. Da komme ich dann nicht auf 6,1, sondern auf 6,3 Liter. Das heißt, ich liege, obwohl ich passiv fahre, ein Liter über dem Normverbrauch. Ich würde mal sagen, wenn jemand dabei ist, der auf der Autobahn auch mal 140, 150 fährt, dann ist man da ganz schnell bei 7,5, 8 Litern. Aber es ist wirklich für ein Stadt-SUV ein sehr gutes Auto. Ich muss auch sagen, dass er eigentlich erst dann richtig zum Schlucker wird, wenn man wirklich schnell fährt. In der Stadt ist er teilweise besser drauf als mein alter Golf. Also insgesamt doch recht zufrieden, muss man sagen, auch wenn es mich immer wieder ärgert, dass dieser Normverbrauch einfach nicht realitätsnah ist. Klar, man weiß es irgendwie als Konsument, aber trotzdem will man immer noch dran glauben. Also zumindest bin ich so eingestellt und deswegen ärgert mich das. Ich hoffe, da ändert sich in der Zukunft was unabhängig jetzt von diesem Auto. Was viele vielleicht auch nicht wissen, ist der Umstand, dass dieser Seat eigentlich kein Seat, sondern ein Skoda ist. Von den Skoda-Ingenieuren ursprünglich entwickelt als der neue Karok. Das ist jetzt praktisch das Abfallprodukt, was man an Seat weitergegeben hat. Das ist eine Konzernfamilie. Dementsprechend versucht man da Synergien zu nutzen. Das ist für uns eigentlich nur von Vorteil. Warum? Weil wir hier eine hohe Gleichteileverwendung haben und weil Skoda auch für eine gute Herstellqualität bekannt ist. Es wird deutlich diese Gleichteileverwendung, wenn man sich zum Beispiel den Tankdeckel anguckt. In diesem Tankdeckel haben wir hier bei Skoda immer die Möglichkeit, einen Eiskratzer unterzubringen. Und das ist jetzt der Seat-Tankdeckel, den eben auch Skoda verwendet. Und wenn man sich den bei Seat kauft, ist da kein Eiskratzer mit drin. Aber wenn man dann zu Skoda hingeht und sagt, ich hätte gerne den Eiskratzer als Originalteil. Hier steht dann auch Skoda drauf. Dann kann man den hier unterbringen. Jetzt habe ich zwar eine beheizbare Frontscheibe, aber für die Seitenscheiben ist es trotzdem ganz schick. Und irgendwie fand ich es ganz cool. Und 3,50 Euro sind schnell investiert. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, dass ich persönlich darauf hoffe, dass das ein oder andere Zubehörteil für den Skoda Karok, auch für diesen Seat hier, anwendbar ist. Also da hat Skoda wirklich immer sehr, sehr clevere Ideen. Und ich hoffe, dass wir möglicherweise auch das ein oder andere Teil dann auch hier verwenden können. Ob es so kommt, ist offen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß. Jetzt haben wir so viel Positives über den Arteca gehört. Jetzt will ich euch am Ende nochmal 5 Dinge nennen, die mich echt nerven. Erster Kritikpunkt aus meiner Sicht ist die Abstimmung dieses Autos. Es wurde in vielen Tests immer wieder genannt. Ja, es ist hart abgestimmt. Dann wurde was Positives damit assoziiert, sportlich und so weiter und so fort. Aber de facto ist es für mich einfach nur nervig, weil es wirklich bockhart ist. Und ich bin jung. Wenn da jemand was am Kreuz hat, dann ist dieses Auto aus meiner Sicht absolut keine Freude. Also es kommt eine Bodenschwelle und man spürt die in jedem Wirbel. Das ist aus meiner Sicht einfach nicht gut gemacht und trübt den Fahrspaß für mich persönlich etwas ein. Ein zweites Teil, was mich annervt, ist diese Armlehne hier. Die funktioniert nämlich nicht, wenn man hier eine Flasche reinbaut. Dann greift dieser Mechanismus nicht und man sitzt dann eben auf der Flasche auf. Damit sie funktioniert, muss ich es immer erst so machen und dann wieder rein. Und das ist insgesamt eh, die können ein bisschen höher sein für meinen Geschmack. Also das hier, ja, ausbaufähig. Das Ganze geht dann weiter mit dieser mittelarme Konsole hier. Weil wir nämlich hier hinten einfach nur ein Loch haben. Und dieses Loch ist so sinnlos. Warum hat man da nicht USB-Anschlüsse verbaut? Dann hätten wir hier hinten auch die Möglichkeit, ein iPad aufzuladen oder ein Handy aufzuladen. Und das wäre für längere Urlaubsfahrten einfach extremst sinnvoll. Der vierte kleinere Mangel betrifft die Situation, wenn man hier vorne mit einem Kind alleine unterwegs ist. Ja, da hat man dann häufiger mal den Maxi-Cosi eben auf dem Beifahrer sitzen. Was muss man da beachten? Naja, man sollte den Beifahrer-Airbag deaktivieren. Das funktioniert leider nicht hier über eine Taste, sondern man muss es wirklich manuell hier mit dem Schlüssel jedes Mal bei geöffneter Tür machen. Dann dreht man es um 90 Grad und dann ist der Beifahrer-Airbag aus. Wenn man ihn wieder anschalten will, muss man da auch dran denken. Und es passiert eben häufig, dass man dann losfährt und dann war er vorher deaktiviert. Ja, und dann müsste man eigentlich anhalten und ihn wieder aktivieren. Aber wer macht das schon? Das ist einfach nicht intuitiv und benutzerfreundlich. Das muss einfacher gehen. Und das zweite ist die Gurtlänge hier. Ja, wenn man häufiger mit einem Kind unterwegs ist und so ein Maxi-Cosi einsetzen will, dann muss man den hier vorne sichern und dann mit dem verbleibenden Gurtteil einmal hier rum, um den dritten Punkt zu erwischen. Und ihr seht das hier, das ist wirklich die maximale Gurtlänge. Die geht hier gerade, gerade, gerade so rum. Und das ist so ein Hackmack jedes Mal. Und ich frage mich, warum. Wenn der Seat dem Gurt fünf Zentimeter mehr geschenkt hätte, dann gäbe es hier kein Problem. Der letzte Kritikpunkt, der ist jetzt wieder außerhalb des Autos zu finden. Und zwar bei dieser Antenne hier. Ich glaube, man sieht es. Hier feiern die Katzen und Marder jede Nacht Party. Und das ist bereits die zweite Antenne, komplett zerbissene. Die, ich weiß nicht, was die da machen, haben einen riesigen Spaß, den Gummi zu zerkauen und sich daran auszutoben. Insgesamt ist es auch keine hübsche Geschichte, aber de facto gehört es zu einem Seat Ateca aktuell eben noch dazu. Haifischflosse wäre viel, viel schicker, ist aber eben leider auch nicht gegen Aufpreis zu haben. Und diese Antenne hier kostet jedes Mal 20, etwa um die 20 Euro. Irgendwie echt schade ums Geld. Ich hoffe wirklich, dass dieser Erfahrungsbericht etwas anders war als die vorhandenen Videos auf YouTube zu dem Seat Ateca. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen weiterhelfen konnte. Falls der Fall sein sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst einen Kommentar da. Solltet ihr vor Euphorie Platz, sondern gerne auch den Kanal abonnieren, dann sieht man sich mal wieder. Normalerweise mache ich eigentlich gar nicht so viel mit Autos, sondern eher nützliches rund ums Haus. Ich würde mich trotzdem freuen, falls man sich mal wieder sieht. Bis dahin, tschüss und servus bei Ausprobiert.